Ciao, moin Freunde, was geht? Ich hoffe es geht euch allen gut und willkommen zu einem modernen Stadionclub von mir. Heute bin ich in Offenbach am Main. Das ist die U-Bahn-Station in Offenbach am Marktplatz. Sieht echt verdammt düster aus, aber heute scheint die Sonne wunderbar. Heute spielt der Kickers Offenbach gegen FSV Frankfurt 1899. Regionalliga Südwest, 4. Liga und da haben wir auch schon den ersten Sticker OFC. Das ist die Kurve von Offenbach. Sieht echt cool aus. Ich bin das erste Mal hier in Offenbach. Für uns ist der Stadtplan und diese Stadt hat einige Sehenswürdigkeiten und wir gehen jetzt dahin. Was für ein Bilderkontrast. Wow, das ist das Schloss Inzenburg. Sieht echt verlassen aus. Man kann hier schön entlang laufen, diese Aussicht genießen und diese wunderschöne Tiere beobachten. Man könnte jetzt theoretisch mit dem Fahrrad nach Frankfurt fahren. Man merkt, die Stadt ist weltoffen. So viel Kultur, so viele Menschen aus aller Welt haben sich hier versammelt. Laut der Quelle von offenbach.de hat die Stadt Offenbach mit knapp 66 Prozent der Bevölkerung einen Migrationshintergrund. Das ist heftig, das ist Spitzenwert. Somit ist Offenbach auf Platz 1, nicht Wuppertal, nicht Gelsenkirchen, sondern Offenbach. Hätte ich nicht gedacht. Schöne bunte Häuser mit ein paar Restaurants darunter und laut Google Maps ist das der Wochenmarkt. Hier gibt es frisches regionales Gemüse, aber auch exotische Früchte. Das ist Drachenfrucht. Das ist so geil und sie haben es hier wirklich sehr schön dekoriert. Man findet hier auch viele kleine Foodtrucks. Sieht echt cool aus. Da sind viele Hunde zu sehen und die kann man sogar drehen. So, frühstücken wir jetzt hier was Schönes im Off-Buff-Coffee. Mein Café ist hier heute und das ist der Laden. Auf das Duell Offenbach gegen Frankfurt. Ist das überhaupt ein Derby? Die Spieler von Offenbach sagen, es ist ein Derby, aber die Fans sagen, es ist kein Derby. Es ist nur ein Nachbarschafts-Duell. Mein Frühstück ist da. Pancakes mit Karamellsoße und Beerensoße. Bisschen Beerensoße, bisschen Karamellsoße. Schönes Frühstück. Hat mir gefallen. Da vorne ist der Hafen von Offenbach. Eigentlich habe ich keine Zeit dafür, aber ich will das einmal sehen. Muss mich jetzt ein bisschen beeilen, denn das Spiel fängt in 40 Minuten an und das Stadion ist außerhalb. Ja, es hat sich gelohnt hierher zu kommen. Schaut euch nur diese Aussicht an. Wunderbar. Genial, oder? Hier zu wohnen ist bestimmt richtig teuer. Und Achtung, wenn man nach links schaut, was sieht man da vorne? Da vorne sieht man Frankfurt. Hätte echt nicht gedacht, dass man von hier aus Frankfurt sehen kann. Geil, oder? Hier ist Offenbach. Da vorne ist Frankfurt. Für mich ist das ein Derby. Kein Nachbarschafts-Duell. Nach dem Fußballspiel gehe ich nach Frankfurt. Den Abend dort schön ausklingen lassen. 06-9 Frankfurt. Aber jetzt gehen wir ins Stadion zum Spiel mit dem Bus. Wir sind da. Stadion am Wiberer Berg. In diesem Stadion passen 20.500 Zuschauer rein. Das ist sehr viel für einen Viertligisten. Und Stadion optisch von außen finde ich auch richtig geil. Ohne ein Ticket zu haben, kann man von hier aus auch das Spiel beobachten. Und gleich vor uns ist der Mannschaftsbus von FSV Frankfurt. Das Stadion wurde im Jahr 1921 eröffnet und wurde im Jahr 2011 renoviert. Jetzt sieht das so aus. Wahnsinn, oder? Und jetzt gehen wir rein. Da vorne ist unser Eingang. Ganz ehrlich, ich finde das Logo von FSV Frankfurt richtig cool. Alter, wirklich. Vierte Liga und so ein Stadion. Wahnsinn, der Knaller. Hier kann man sich noch was zum Essen holen und da vorne ist das Spielfeld. Sehr schön sauber hier. Es fehlt nur noch ein Kaffiki von OFC. Das wäre wahr. Und jetzt rein da. Stadion am Wiberer Berg. Das erste Mal hier. Wahnsinn. Ich habe keine Worte. Einfach vierte Liga und dann so ein Stadion. Das ist mein Platz. Wenn ich mich hinsetze. Bisschen ärgerlich, diese Stange. Aber ansonsten top. Da sind die Jungs von OFC. Ich weiß nicht, wer der beste Spieler ist. Das ist auch sehr außergewöhnlich. Normalerweise ist die Kurve immer hinter dem Tor. Aber die Szene von Offenbach ist da vorne auf der Gegengerade. Und der Gästeblock ist da vorne links. Das Stadion ist regengeschlitz. Und hinter mir ist die Presse. Der Berg bebt. Heimvorteil nutzen und hier werben. 29, Ciano. 31 und der Käpt'n Ronny. Wirklich ein cooles Stadion. In dem Sinne, mein Geil ist ein guter Enzheimer. Fußballspiel. Spielet ins Alter! Seite an Seite. Feierleber grüßen im Kickers-Ockenbach. Wahnsinn! Ein sehr schönes Bild hier in Offenbach. Dann müssen wir in das Karabach-Coreo. Halt nur in Besser. Ich sehe da oben ganz viele coole Traffitis. 1901. Nur der UFC. Offenbach in Rot von rechts nach Wies. Das ist der Trainer in Frankfurt. Richtig cool unterwegs. Mit den Nikes. Gefühlt alle zwei Minuten fliegt ein Flugzeug über das Stadion. Dieses Flugzeug sieht ja richtig cool aus. Wir stehen hinter dem Team. Nicht hinter dem System. O-F-C! 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 In diesem Stadion gibt es nur eine Anzeigetafel, und zwar die hier. Das Trikot von Frankfurt sieht aus wie das Trikot von Inter Milan, oder? Bin ich verrückt oder sind die Flutdichte hier kaputt? Die schreien ihn ja nicht, und es ist so dunkel hier. Der Himmel sieht auch nicht aus Regen mitkommen. Und da ist das 1 zu 0. 25. Minute, 1 zu 0. Wir haben 14.30 Uhr, aber fühlt es sich nicht so an. Schlechter Abschluss. Boah, zieht der ab. Boah! Offenbach ist momentan die bessere Mannschaft. Erste gefährliche Aktion von Frankfurt in diesem Spiel. 33. Minute. 2 zu 0. Schlechter Nummer 33. Mit der Nummer 33. Dima! 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 Dima- superviel Dima! Dima! Das nenne ich Derby-Stimmung. Boah. Stimmt, ist wirklich mega gut. Halbzeit 2-0 offenbar. Es ist wirklich ein sehr unterhaltsames Spiel. Hätte ich nicht gedacht. Ich freue mich auf die zweite. In dem Sinne, viel Spaß. Zweite Hälfte, auf geht's. Boah. Was für ein Traumtor. Wow. 3-0. Alter. Wahnsinn. Direkt nach der Halbzeit-Kausel. 3-0. Wunderschönes Tor. UFC hat so ein Stadion, aber spielt seit elf Jahren nicht im Profigeschäft. Voll traurig. Seit elf Jahren versucht, UFC aufzusteigen, aber klappt nicht. Durch die Nummer 29, Keanu. 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 4-0. 1-2-1. Oha. Was für ein riesiges Flugzeug. Buf. 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 7358 Zuschauer, vielen Dank. 7358 Zuschauer, an einem Regimentalspiel, sehr viel, sehr stark. 5 Minuten Nachspielzeit und dann ist es fertig. 4-0. 5-0. 5-0. 5-0. 5-0. Es kann sein, dass Frankfurt absteigt in die Oberliga. Der Schiri, wir wissen, wo dein Auto steht, ist der typisch ein Sprichel. Das Stadion ist fast leer, Füße hoch, so fühlt man sich wohl. Da steht ganz groß, OFC drauf. Wirklich, das Stadion hat mir gefallen. Hoffentlich steigt Offenbach bald auf. Schaut euch nur das Stadion an, die Fans, wirklich top. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen und wir sehen uns, wenn wir uns wiedersehen. Ciao.